Man darf nicht zu viel auf morgen verschieben, mit den einfachsten Sachen losziehen und das Abenteuer genießen. Ich nehme euch mit nach Schweden und teile mit euch meine Erlebnisse und meine Eindrücke. Viel Spaß! Ja Leute, ich habe hier wunderbar geschlafen, am Abend nochmal ein Netflix-Simpel geguckt und jetzt werde ich mir gemütlich meinen Kaffee trinken. Und wieder einpacken. Wir haben es mittlerweile schon zehn vor sieben. Heute ein wenig früher, weil ich auch drei Stunden Auto fahren werde heute. Ich überrasche euch, wo wir heute hingehen. Auf jeden Fall wird es genial und jetzt werde ich einfach mal meinen Kaffee genießen. Weil ich jedes Mal gefragt werde, wie ich das mit meiner Toilette gelöst habe. Das ist meine mobile Toilette und mein Ausstellzelt, um mich umzuziehen, zu duschen oder eben aufs Klo zu gehen. Nur, dass ihr wisst, ich werde all das, was ich hier habe, unter dieses Video immer verlinken. Unter meinen Schweden-Tour-Videos findet ihr eigentlich zu jedem Equipment einen Amazon-Link. Für euch wird es nicht teurer. Ich kriege ein paar Cent dafür. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja Leute, ich höre immer wieder auch in meinem Bekanntenkreis wegen der Hygiene und Pflege, wenn man campt, besonders so wie ich jetzt nicht am Campingplatz, sondern ja, einfach mal frei campt. Ich tue jeden zweiten Tag duschen und jeden Tag eine Katzendusche machen praktisch und Zähneputzen ist Pflicht, ein Creme ist Pflicht. Also von dem her, es ist im Prinzip nicht anders wie zu Hause. Zu Hause tut man vielleicht jeden Tag duschen, aber das ist dann wirklich nicht unbedingt notwendig, wenn man nicht viel schwitzt oder so. Kann man auch, wie gesagt, sich mit einer Katzendusche hier aushelfen und ich habe jetzt das so handgehabt, dass ich jeden zweiten Tag dusche. Also heute Abend wird wieder geduscht und dafür werde ich auch heute schauen, dass ich meine Wasserreserven auffülle. Das kann man hier in Schweden an jeder Tankstelle machen, habe ich gelesen. Auch Friedhöfe, da gibt es auch Wasserhähne, kann man seinen Kanister voll machen, sagt anscheinend keiner was. Ja, und ich muss heute eh wahrscheinlich tanken und dann werde ich beim Tankwirt fragen, ob das für ihn in Ordnung geht, wenn ich meine Wasserreserven auffülle. Bei mir sind es ja ca. maximal 30 Liter, dann ist alles bei mir wieder voll für die nächsten Tage. Apropos Hygiene, gleich werden die Zähne geputzt. Ja, jetzt habe ich ungefähr eine dreieinhalb stündige Autofahrt nach Noah Quill. Ich gucke mal, Noah Quill National Park. Da möchte ich hingehen, dort möchte ich wandern. Also hier ist die Geschwindigkeitsangabe bei 100 kmh und es ist, ich fahre so ca. 90, 95 halt, ein bisschen unter 100. Aber es ist ein total angenehmes Fahren, also fast kein Verkehr. Von dem her wirklich schön jetzt gerade zum Autofahren. Ein Steinschlag. Yeah. Eineinhalb Jahre altes Auto und bei meinem ersten langen Urlaub mit dem Auto ein Steinschlag. Ich meine, ich bin versichert. Ich habe jetzt gerade eben eine Sprachnachricht an meinen Versicherungsvertreter gesendet. Der ist wahrscheinlich auch im Urlaub, dass er mir mal mitteilen soll, was das jetzt für mich bedeutet, was meine eigene Selbstbeteiligung tatsächlich ist und wie ich nach meinem Urlaub vorgehen soll. Ich habe jetzt vorsichtshalb auch nochmal das Nummernschild von dem Auto vor mir fotografiert. Falls die Versicherung eben dieses Nummernschild möchte, dann kann ich das ihm weitergeben. Ich lasse mir jetzt mal die Laune nicht verderben und wir fahren weiter Richtung, wie ist es nochmal? Oh Mann, mir fällt der Darmut ein. Ja Leute, ich hatte wieder mal Glück. Ich habe hier auf einem Friedhof einen Wasserhahn gefunden und habe dort mein ganzes Wasser aufgefüllt. Also meine Dusche ist jetzt wieder voll, mein großer Wassertank mit 20 Liter ist jetzt rammelvoll und mein kleiner Kanister mit 10 Liter ist auch voll. Das heißt, ich kann wieder draußen irgendwo am See übernachten. Und ja, entweder bei Tankstellen oder bei Friedhöfen, habe ich im Internet gelesen, kann man das machen. Und in dem Fall war dieser Tipp richtig. Ich zeige es euch nochmal. Hier über 20 Liter. Okay, 2 Liter werden noch reingegangen, aber ja. Und hier mein 10 Liter Kanister und neben dran meine mobile Dusche, die voll ist. Das heißt, mindestens einmal komplett duschen oder dreimal sogar komplett duschen möglich. Jetzt geht es weiter. Ich habe noch circa eben eineinhalb Stunden Fahrt vor mir. Und ich freue mich schon auf diesen Nationalpark und auf diesen See. Ja Leute, wir sind jetzt hier bei Nora Quils Nationalpark. Hier ist auch der Bereich, wo wir mit unseren Rohmobils, Zelten auch übernachten dürfen. Also ich werde auch heute Abend hier übernachten. Ich bin ungefähr drei, dreieinhalb Stunden Auto gefahren. Und das Gute hier, hier sind auch Sitzbänke, wo man sich mal hinspflanzen kann am Abend. Vielleicht was essen kann. Mülleimer sind vorhanden, da könnte ich mir mal Müll entsorgen. Also ja, es ist ein schöner Rastplatz hier hinter mir, vielleicht zu sehen. Ich hoffe ja. Ich zeige euch mal hier die Schilder. Da steht zwar schon wieder ein Camping-Verboten-Schild, aber ich glaube, das gilt eben für den Park selber. Also wenn ihr da reinläuft, nicht auch für den Parkplatz, hoffe ich doch. Ich werde mal heute Abend abwarten, wie viele Leute hier noch stehen. Vielleicht suche ich mir einfach auch einen See in der Nähe und habe dann wieder einen See-Ausblick. Ja, ich bin nur mal neugierig, ich laufe jetzt hier entlang. Da stand eben, dass hier ein Platz wäre. Hier ist auch ein Platz. Lasst uns mal schauen. Ja, nochmal ein paar Sitzbänke. Und da drüben ist auch ein See. Also wenn ich jetzt hier mich umdrehe, ich hoffe immer, dass es passt mit der Osmo Action. Osmo Action sage ich, Osmo Pocket. Ich habe jetzt die Kamera noch einmal liebgewonnen in meinem Urlaub. Schön leicht mit dem Selfie-Stick. Und ja, da hinten ist ein See. Ich hoffe, man sieht. Ich hoffe, man sieht. Schweden ist wunderschön, hat natürlich eine wahnsinnig schöne Natur. Und so, wenn ich jetzt die Kamera runter halte, hoffe ich, dass er die Steine hier aufnimmt. So ist das hier mit dem Stein. Oh Mann. So lang geht es hier. Über die Bretter. Ich habe schon gedacht, man muss über den Baum. Aber nein. Wir laufen hier einfach mal durch. Haben wir einmal Lila Idgölen rund an. Und dann Idhoytin. Lila Idgölen 600 Meter. Parkering 800 Meter. Also wir laufen jetzt diese Idgölen mal. Ich weiß, keine Ahnung, was dieses Idgölen ist. Aber da gehen wir mal hin. Ich hoffe, das kann man sehen. Idgölen. Da gehen wir hin. Jetzt weiß ich, was das heißt wahrscheinlich. Das heißt, berghoch. Hier hochklettern. Und immer wieder muss ich dran denken, keine Wanderschuhe. Ganz normalen Snickers vom Pumach. Oh Mann. Jetzt gehen wir hoch. Gutes Arschtraining. War es das schon? Tatsache. Hey. Und geht weiter. Karusi. Okay Leute. Scheint, dass ich angekommen bin. Hier. Wahrscheinlich ist es diese Aussicht hier. Was gemeint ist. Die wirklich klasse wäre. Wenn ich jetzt die Drohne hier starten könnte. Aber. Lass mal das lieber. Naturreservat. Ja. Richtig, richtig toll. Ja, das sind circa 1,6 Kilometer. Hinter mir ist da das Schild. Bis zum Parkplatz 1,6 Kilometer. Man läuft 2 Kilometer. Ich schwitze jetzt, weil es so warm und so schwül ist. Von der Anstrengung her geht es echt. Kann man machen. 2 Kilometer sind nicht viel. Wenn man überlegt, was wir so im Schwarzwald laufen. Leicht über 20 Kilometer. Und für diese Aussicht lohnt sich es allemal. Ich weiß gar nicht, wie das so rüberkommt mit der Kamera. Aber ihr müsst einfach, wenn ihr das schön findet, mal 1.000 nehmen. Dann ist es annähernd so gut, wie wenn man es mit dem bloßen Auge sieht hier. Richtig, richtig schön. Vor allem nichts los. Keine einzige Menschenseele. Es sind, glaube ich, mal 2 Paare haben mir vorbeigelaufen. Über die ganzen 2 Kilometer. Und das kann man echt, kann man sich nicht beschweren. Und alles, was ich bis jetzt euch gezeigt habe, ist kostenlos. Also ihr zahlt keinen Eintritt. Nicht bei den Wasserfällen, nicht bei diesem Strand. Nirgends. Und kriegt das alles kostenlos serviert. Das ist in manchen Ländern nicht mehr so. Ich möchte nur mal an Schaffhausen erinnern. In der Schweiz. Nur um das zu führers rumlaufen, müsst ihr schon Eintritt bezahlen. Das ist hier nicht mehr so. Also hier ist es nicht so. Hier könnt ihr das alles kostenlos mitnehmen. Vor allem die Leute, die mit Kindern und so kommen und vielleicht aus Geld gucken müssen. Eine wichtige Information. Klar, fürs Essen und Benzin und so. Und falls ihr kein Dachzelt oder Wohnmobil oder Kassenwagen habt, braucht ihr auch eine Übernachtung im Hotel. Ja, aber falls ihr schon jemand seid, der einen Kassenwagen hat oder Wohnmobil oder ein Dachzelt, ist das hier eine ideale Lösung. Das war es hier von Nora Kiewilz Nationalpark. Mir hat es echt gut gefallen. Sehr, sehr schön war es. Hatte die falschen Schuhe an. Habe ich ja mehrmals erwähnt. Ja, und ich wollte ursprünglich hierbleiben. Aber ich suche mir vielleicht auch einen Platz am See. Weil ich möchte ja endlich mal auch ins Wasser. Ja, vielleicht eben morgen auch noch meine Sachen waschen. Vielleicht mal auch am Tag einfach nur stehen bleiben. Ich werde jetzt mal gucken, was es so in der Nähe gibt. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich hier schon mal von bei euch. Vielleicht melde ich mich nochmal. Und wenn nicht, dann bis morgen. Denn morgen gibt es auch wieder was Interessantes. Ganz bestimmt. Ich bin raus. Euer Morat Ich bin raus.